Vielleicht kann sich jemand von euch noch an die Bürgermeisterwahl in Großschirmen erinnern, bei der der AfD-Kandidat Rolf Wiegland 59,4 Prozent aller Stimmen im ersten Wahlgang erhalten hat und damit dementsprechend gleich Bürgermeister geworden ist. Um es jetzt einfach mal mit den Worten einer Regierungschefin zu sagen, die länger im Amt gewesen ist als alle anderen Regierungschefs vor ihr, das Ergebnis muss rückgängig gemacht werden. Und so sieht es die Landeswahlleitung dementsprechend auch. Der AfD-Landtagsabgeordnete Rolf Wiegand hat die Bürgermeisterwahl im mittelsächsischen Großschirma gewonnen. Laut vorläufigem Wahlergebnis erhielt er im ersten Wahlgang am Sonntag 59,4 Prozent der Stimmen. Er konnte sich gegen zwei Konkurrenten der Unabhängigen Bürgervereinigung und der CDU durchsetzen. Wiegand ist somit der zweite Mann, der für die AfD in Sachsen einen Bürgermeisterposten besetzt. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und auch ein herzliches Hallo an alle, die hier immer wieder regelmäßig ohne Abo reinschauen. Und an alle Neuen auf diesem Kanal. So, kommen wir einmal gleich zum Thema. Beziehungsweise nein, nicht gleich erstmal einmal zum Thema, sondern nochmal zu einer ganz kurzen Erklärung zu meinem Video von heute Morgen, in dem es um das TV-Duell zwischen Björn Höcke und Mario Vogt ging. Da habe ich zwei Ausschnitte aus dem Interview des TV-Duells genommen, was bei Welt stattgefunden hat, was diese heute Morgen auch auf YouTube online zur Verwürger gestellt haben. Ja, und nachdem mein Video dann rausgekommen ist, hat der Sender WeltTV das Video auf Privat gestellt. Gut, okay. Ich konnte trotz alledem immer noch diese Ausschnitte der Clips nutzen. Ja, und einige Stunden später flatterte dann quasi die Mitteilung einer Urheberrechtsverletzung rein. Und dementsprechend musste ich diese beiden Schnipsel aus dem Video entfernen. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem gesamten TV-Duell, um es euch irgendwie zur Verfügung zu stellen, zumindest als Link. Aber das erweist sich momentan etwas als schwierig. Ja, und von daher, ja, auch der TV-Sender Welt möchte halt ganz gerne ein bisschen Geld verdienen. Und somit, ja, haben sie jetzt ihr gesamtes Interview in einzelne Pakete hier irgendwo auf YouTube verteilt. Mal gucken, was am Ende noch bei rauskommt. So, nun aber, na, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir nun einmal wirklich zum Thema. Die Bürgermeisterwahl in Großschirmner, die ja bundesweit genauso wie die Wahl in Sonneberg zum Beispiel des dortigen Landrates für bundesweites Aufsehen gesorgt hat, weil dort ein AfD-Kandidat ja nicht nur angetreten ist, sondern auch gleich gewonnen hat. Und zwar im ersten Wahlgang. Ja, die ist für ungültig erklärt worden. Es ist völlig egal, ob jetzt Rolf Wiegler nun im ersten Wahlgang seine 59,4 Prozent aller Stimmen dort eingefahren hat. Es gab laut der kommunalen Wahlaufsicht so schwerwiegende Fehler, dass die Wahl jetzt, ja, nicht nur rückgängig gemacht worden ist oder rückgängig gemacht wurde, sondern es wurde auch gleichzeitig bestimmt, dass Neuwahlen dort in Großschirmner anzusetzen sind. Ja, und was war der Verstoß? Es fehlte die eigenhändige Unterschrift des Kandidaten, also in diesem Fall von Rolf Wiegland, auf der Wahlvorschlagsliste. Ja, also diese Wahlvorschlagsliste, die wird eingereicht beim Gemeinderat und die guckt dann nach. Aha, okay, hier, Hans-Peter, Meier-Müller, schieß mich tot. Oh, ja, Rolf Wiegland, oh, der hat ja gar nicht unterschrieben. Ja, egal. So, durchgewunken, Wahl fand statt. Ja, nun heißt es, na Moment mal, der hat ja da gar nicht unterschrieben. Und die Frage, warum jetzt bei dem Gemeinderat das nicht aufgefallen ist, dass dort die eigenhändige Unterschrift fehlt oder warum man Rolf Wiegland nicht irgendwie darauf hingewiesen hat, dass er doch da bitte noch vorher einmal zu unterschreiben hat, bevor die Liste eingereicht werden könnte, ja, das ist immer noch Gegenstand einer Diskussion. Und auch die Annahme der Wahl zum Bürgermeister, das heilt diesen Fehler nicht rückwirkend. Also die fehlende Unterschrift ist gravierender, als dass dieser Mann, also Rolf Wiegland, sich hat zur Wahl stellen lassen und auch gewählt worden ist. Und gesagt hat, ja, hiermit nehme ich die Wahl an oder wie auch immer. Denn, ja, er stand ja auf der Wahlvorschlagsliste und er nahm die Wahl dann dementsprechend auch an. Also könnte man jetzt ja nun sagen, ja, okay, lassen wir doch da mal fünfe gerade sein. Ja, er hat sich zur Wahl gestellt, er hat dagegen keinen Einspruch erhoben, er hat die Wahl am Ende gewonnen und angenommen. Also was soll's mit der Unterschrift? Nee, so einfach ist das anscheinend wohl nicht. Ja, aber das ist nicht der einzige Verstoß, der ihm zur Last gelegt wird. Der zweite Verstoß ist, dass er im offiziellen Amtsblatt der Stadt als zweiter stellvertretender Bürgermeister unterschrieben hat. Ja, also was da irgendwie die Wahl anbelangt. Ja, und dieses Privileg wurde den anderen Kandidaten halt nicht eingeräumt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, zum Zeitpunkt, als er als zweiter stellvertretender Bürgermeister unterschrieben hat, war er wohl als zweiter stellvertretender Bürgermeister halt gar nicht im Amt. Ja, so. Das ist halt der zweite Fehler, der dort mokiert wird. Und weil alle guten Dinge drei sind, gibt's natürlich auch noch einen dritten Fehler. Und der dritte Fehler, ja, der, ja, da kann man jetzt sagen, gut, der hat mal wieder die Gemeinde schuld. Also in zwei von dreien Fehlern hat jetzt da die Gemeinde wohl schuld, weil die Gemeinde es verpasst hat, die Wahlergebnisse rechtzeitig bekannt zu machen. Ja, also es gibt eine Bekanntmachungsfrist und diese Bekanntmachungsfrist hat die Gemeinde verpasst. Und diese drei Fehler sind so schwerwiegend, dass die Wahl in Großschirma nun wiederholt werden muss. Ob nun mit oder ohne den Kandidaten der AfD, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich gehe prinzipiell davon aus, dass Wolf Wiegland da wieder antreten wird. Und wahrscheinlich wird er diesmal sogar mehr als 59,4 Prozent aller Stimmen auf sich vereinen können. Also hätte man sich theoretisch das ganze Gehabe auch sparen können, könnte man jetzt argumentieren. Aber da hier in diesem Land alles nach Recht und Gesetz laufen soll, macht man es halt nochmal. Und von daher meine persönliche Meinung dazu ist, es ist gut, ehrlich gesagt, dass hier auch noch drauf geachtet wird, dass, ja, die Sachen im Grunde genommen überall gelten. Auf der anderen Seite, ich glaube kaum, dass, wenn es einen Kandidaten der SPD oder der Grünen oder der CDU jetzt in diesem speziellen Fall getroffen hätte und eine Wahl dort wiederholt werden müsse, dass man deswegen so ein Aufsehen veranstaltet hätte. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro und über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.